Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Faro. Mit dabei ist der liebe Lele. Wir sind mittlerweile in der 11. Folge und wir gehen drauf und farm. Ciao, 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 ich sneak direkt mal. Ich will mal wissen, ob vielleicht... Und farm direkt weiter. Du hast in der letzten Folge Matthias gefunden? Ja, zwei aber nur, leider. Du brauchst weiterhin Gänge rein. Schreib nichts, schreib nichts. Alles gut, wir brauchen nur Diastogie. Weil alles andere der Pulse, das wir jetzt machen. Ich muss Sachen wegwerfen, ne? Mein Inventer ist so krass schlecht, man. Und ich hab keinen Texture Pack drin, merk ich grad. Echt jetzt? Ja. Dann soll das mal reinmachen, ne? Darf man nicht mit dem Normalen? Nein! Warum nicht? Weil, du musst Faithful spielen, Spaß. Ja. Hast du jetzt drin? Ja, hab ich's. Darf man hier mit dem Normalen? Wir spielen seit 10 Folgen mit dem fucking Texture Pack. Und jetzt fragt er auf, wiegt mein Leben? Ja, gib mir doch endlich mal was Gutes. Wir müssen eigentlich fighten. Scheiß auf die Latsche. Aber 2v1 kann man vielleicht schaffen. Vielleicht ja. Das sag ich auch nichts dagegen. Aber mich kotzt es einfach an, dass die anderen hier, was weiß ich, einen Dias finden, Digga. Und wir schimmeln hier rum, die letzten... Ja, jetzt soll ich meine Phrase halten. Die letzten Hoseos. Ne, ich wollte was anderes sagen. Hast du denn dir, äh, den... Ja, die letzten Hoseos schon irgendwie hier rum. Ja, warum, warum heißt Fischi auf Französisch du bist schwarz? Ähm, Lille? Ja? Jetzt würde ich mal anfangen zu sneaken, bis der kannst du mir den Schatten-Tabler aufstellen. Ja. Ich komm zu dir. Nein, hier ist es nur Lücke. Ich platziere den nochmal hier hin. Ja. Hast du die Öfen mitgenommen? Ne. Das ist schlecht. Es brennt auch noch Gold drin. Ich bau weiter. Das ganze letzte Gefühl, links oben ist wer. Ich weiß nicht. Irgendwas backt vielleicht. Keine Ahnung. Na, es ist die ganze Zeit mein Bildchen, weil es so dreckig ist. Bei mir doch aber auch, ne? Weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen leer. Der, die kümmert sich um... Der? Der ist, der ist, der ist. Oh mein Gott, die ersten Pomponfris. GG, boys. GG. 4 Stück. Du hast 3, gell? 2. 2. Junge, ich hab Dias gefunden in dem Scheiß-Spiel zum ersten Mal. Naja, ich hab auch die ganze Zeit so ein Gefühl, dass hier jemand ist. Immer so re... Immer so rechts? War ich das jetzt? War ich das jetzt? Passen. Passen. Ich hab grad so ein Aufsahmen gehört. Sind wir irgendwie dumm? Nein, wir sind voll paranoid, glaub ich. Ja, wir brauchen halt nix haben, ne? Ich hab halt jetzt nicht mal Level, um mir Sharp 5 zu machen. Wir hätten viel früher snipen müssen, glaub ich. Äh, ja gut, aber du kannst nicht snipen gehen, wenn du nichts hast. Also, doch schon, ja klar, aber... Du weißt, was ich mein, so ähm... Hast du crafting table mitgenommen? Äh, walking... Äh... Ähm... Ähm... Ja, ja, hab ich. Willst du mal zurückgehen, da ist noch überall Kohle drin. Ich hab hier ein Lavasee gefunden. Also ne Schlucht, besser gesagt. Mh, ja gut, ich hab noch genug Essen, gut. Egal, wie tief, wie weit haben wir gegraben, Alter. Ähm... Ding. Denkst du, da ist noch Gold überall drin? Okay, bringst du das mit, oder wie? Ja. Weiß nicht, hab ein bisschen Paranoia grad. Ich bin grad am durchsneaken, man. Äh... Da sind einfach zu viele Leute grad drauf. Und wir sind einfach echt nahm sporn. Ah, brus, bocht auch nicht, ne? Ah, brus, bocht auch nicht, ne? ich sag dir ganz ehrlich ich schippe mal einfach weiter da ich war schon viel jetzt kommt die auch noch drauf jetzt kann es echt fetzerei noch am spawn umgeben hast du die öfen geholt also ich habe kohle die kohle und alles was genommen ja und ding gold auch dann fahren wir weiter kommen wir weiter jetzt mal ding aber wenn ich heiße ich habe so eine schlechte folge hatten wir noch gar nicht junge war ich ja ich weiß pass mal auf ich kommst du dir level setz mal jetzt dings äh ein schornig table du kannst den kröbel auch abfarm pfeile was machst du dir gerade für ein schwert was hast du den armboss mitgenommen da steht er noch da bin ich mit die folge ist vorbei wenn ich da bin okay die zweite spiel das ist halt bullshit echt junge das ist so ich weiß es nicht ich mecke jeden 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 auf euch um dass wir kein luck haben mit dir ist ne haben wir wohl vier dir ist gefunden du hast zwei sind sechs wir können uns gar nichts machen doch ein halb mal aber das war wieder nur für einer richtig okay ich habe den armboss der einen genau der einen der einen Ich geh hier die Höhle durch, das ist Gold. Ich geh hier die Höhle durch. Hey, ich sagte ganz ehrlich, einen Freekill lasse ich mir nicht geben, ne? Ich camp nicht gegen Full Dia, dann scheide ich lieber im Finale aus. Echte Ehrlichkeit, das wisst man. Wenn man so Anlack haben kann mit Dias und was weiß ich, Alter. Ich bin in der Höhle einfach weitergegangen, da kannst du dich eigentlich nicht drinnen verlaufen. Das hier noch einfach direkt straight. Hast du noch Eisen schon für mich ein bisschen? Dieses Inventar, alles voll, das ist alles wichtig, Mann. Ich brauche auch mal ein paar Schwerter, ne? Kannst du mir Essen geben? Ne, ich habe keine Schwerter gebaut, sondern ich habe den gemacht mit einer Spitzhacke. Ne, einer sollte sich halt einen Helm machen dann. Oder eine Hose, der ist geil halt. Oh leil. Höhle? Ja. Ne, Digga, aber Folge für den Arsch. Ja, okay Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Folge für den Arsch, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.